Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Genau. Schauen wir mal Quests. Da gewirrt es recht. Da vorne ist er gleich. Der Balsamierer. Der Balsamierer geht da gerade ein. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Medjay. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter, Iras, hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Haha, das ist jetzt da, wo wir hingehen. War ja gerade nicht verfügbar. Jetzt ist sie verfügbar. Genau da, wo wir hinwollten. Sowieso. Also gehen wir uns stummend. Komm her, meine. Wie sagt man zu Pferden? Ich weiß es nicht. Meine Lie... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reiten wir dahinter her. Und die Flamingos dürfen leben. Tatsächlich. So. Das ist der Weg. Da ist noch eine Ruine. Neuer Ort entdeckt. Geiernest. Tier töten. Wo ist denn das Tier? Nein. Das sind alles Kleintiere. Ah, da. Rutze ich aus. Schauen wir mal. Okay, jetzt rutze ich es nicht mehr aus. Huch. Wo ist es? Da. Oh, die Geier. Nice. Hab's. Greifen nicht die Geier jetzt alle an? Oder geiern die nur rum? Verdammt, ich kann die auch aus dem Reiten plündern. So, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Hier, weg. Und dann lass uns mal hier... ...hier zur verlassenen Dattelpalmen-Ding gehen. Soldaten. Sie suchen bestimmt nach Iraz. Ich tauch unter. Und sie hoffentlich auch. Ja, ich tauch unter. Dann tauchen wir unter. Schauen wir mal. So. Level 9. Ey, 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 ey. Sind alle auf einem höheren Level? Findet das Mädchen! Bringen wir es schnell hinter uns. Oh. 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 Ah, okay. Da ist das Mädchen. Ich finde, Iris auf dem Hof. Hab ich ja. Okay. Sie entkommt uns nicht noch mal! Was muss ich jetzt machen? Muss ich die alle töten? Nein, könnte ich definitiv töten. Sofronius, werdet uns für unsere Arbeit belohnen! Den einen krieg ich definitiv Toad. Ohne Probleme. Ach, verdammt, der andere hat nicht gesehen. Siehst mich nicht. Siehst du mich? Das ist uncool. Ups. Oh. Anschluss braucht keiner. Nice. 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 Jetzt lass mich doch in Ruhe. So. Haha. Nice. 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 den letzten fall noch runter gehauen uns zurück uns geholt friede sei mit dir ihres ich möchte nur mit dir reden der letzte der das sagte hat meine familie ermordet ich möchte dir helfen ihres woher kennst du meinen namen ein priester erzählte von dir dieses land gehört schon ewig meinen leuten aber bisher lag es brach ein soldat kam zu uns und sagte sein meister hätte einen kaufvertrag mein vater wollte ihm das alles nicht überlassen dann ja den rest kennst du ja bereits was wirst du tun dieser hof ist mein erbe ich werde ihn bestellen solange ich kann ich sorge dafür dass die soldaten dich in ruhe lassen wenn du willst das haus von dem sie sprachen liegt nordwestlich von hier an der straße nach alexandria dann machen wir die aber jetzt noch nicht im fall der fälle sagt dass ich dabei starb das vermächtnis meiner familie zu bewahren das ist hier immer noch links gebiet okay hier scheint es nicht gewesen zu sein dass rätsels lösung aber vielleicht da hinten okay definitiv schneller mit sturmwind auf geht's stummend die reiten in der nacht durch die wüste reiten in der nacht entlang wo muss im intent da ist auf jeden fall ein steinkreis in der wüste ich glaube wir haben den dritten steinkreis gefunden neuer ort entdeckt steinkreis der selket sterne anordnen kein problem machen wir kein problemchen mein schämchen ähm pappo woher weiß man dass man verliebt ist warum glaubst du du bist verliebt ich weiß nicht liebe soll sich gut anfühlen du und mama sind die einzigen die ich liebe aber das tut weh manchmal kann ich nicht mal mehr klar denken das klingt nach liebe könnte sein ich habe mich auch mal so gefühlt es tut mir sehr leid sohn die skorpion wird in selket skorpion warte mal sind zwölf sternzeichen jetzt haben wir den skorpion gefunden wir haben löwe wir haben skorpion wir haben moon vielleicht aber nur vielleicht könnte das ja sein schauen wir mal auf die map da auf dem weg dahinter dann können wir dann hier eine mission nehmen ich gehe jetzt auch mal zu der mission hier hin genau dann nehmen wir uns diesen kleinen ort noch mit dazwischen müssen wir aber die quest ändern auf versteckte steuer genau ist ein bisschen weg aber mit stürmend ist das alles kein problem auf geht's stürmend auf direkten weg er wurde zuletzt gesehen als er zu den ruinen am mario see unterwegs war da leuchtet was da glitzert da glitzert oh ok nein brauche ich nicht brauche ich nicht das wäre wieder nur kämpfen brauche ich nicht claudius der verschwundene ehemann das ist eine hyäne oder jetzt kommen wir gleich über die kante der düne und alles ist grün ich will dich gar nicht angreifen ich will dich gar nicht angreifen wir sind wieder in der zivilisation sturmwind schon nimmt sie wieder tempo um die armen bewohner nicht zu gefährden nicht zu gefährden oder die hübschrede ja sturmwind sorry ich bezahle es gleich ich muss auf die insel rüber da werde ich mir ein bötchen nehmen wenn ich ein bötchen finde neuer ort entdeckt oh krokodils nest ich dein ernst das ist der monster ok da ist der königskrokodil lass uns lieber mal lass uns lieber mal muss nicht muss nicht muss nicht ich nehme lieber das boot da vorne ja ja das boot da vorne das klingt eher nach dem was wir machen müssen so wir nehmen uns ganz gechillt dieses bötchen da vorne genau gehen wir da hoch sitzen auf und fahren schön darüber ein bisschen mehr tempo vielleicht wir fahren zur see hola wenn es kein shanti gibt dann mach ich eins selbst hola hola ich weiß nicht ich weiß nicht o und wir sind an land up schön trocken verlorene krypta Okay Sind wir hier Oh, wir sind hier zum Gebiet Ziel lokalisiert Er ist gerade Aber was wir zuerst Äh, machen Wir essen nicht Wir klettern Und zwar darüber Auf dem Weg zum Aussichtspunkt Auf dem Weg zum Aussichtspunkt Du und meine Freunde sind das Ziel Auf dem Weg nach Vatania City Vatania City Synchronisieren wir hier mal Oh, da hinten sind die Prübi Ah, da ist die dritte Zwei Schätze müssen wir hier prüllen Eins, zwei, drei Passt Ab ins schöne Wasser Vielleicht mal plündern und Plündern Oh, da ist ein Schatz Da ist ein Schatz Sobald ich nah genug heranbringe, kann ich ihn auch plündern Doppelschwerter Oh, da ist ein Krokodil Das wird Klaudios sein Das wird Claudios sein Lass mich rauf, lass mich rauf, lass mich rauf Habt ihr etwa Krokodile können hier sprechen Was es nicht alles gibt in Afrika Tööööööööä Duett? Motivierendes Duett Könnte die Krokodile, kann ich im Wasser eigentlich kämpfen? Oh, oh Könnte ich ja Aber du bist kein Korte, habe ich das Gefühl Ah Ah Bisschen dezent im Vorteil Hilfe Kommt nur her Oh Gott Die Krokodile sind tot Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist Ja knapp alles Eieieieiei Das war knapp Das war knapp Warum hast du Sie getötet Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt Claudius, du bist betrunken Ja, das bin ich Und nein, bin ich nicht Ich hatte nur zwei bis Zehn Bier Zwei bis zehn Ja gut Ich bringe dich zu deiner Frau Ich hab eine Frau Und da wird's so glücklich sein Da kommst du mir am besten einfach hinterher Da ist ein Schiff Das können wir direkt benutzen So Aufsitzen, komm mit Komm her mein Betrunkener Kumpane Wahnsinn Jetzt müssen wir das Ganze hier raus manövrieren Perfekt 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 Hoppala Sorry Nicht Absicht Was wolltest du eigentlich hier draußen Claudius? Ich wollte nur Ich kann mich an nichts erinnern Ich kann Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit Und Irgendeine Person Irgendwer gab mir immer zu trinken Ständig Umsonst Wie könnte ich da wieder Stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist Oh! Stimmt Dann wachte ich hier auf Umgeben von All diesen Krokodilen Sag mal Können die Wirklich sprechen? Ägypten Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel Fantastisch! Meine Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben Sagtest du nicht irgendwas? Ja, da ist deine Frau Da bist du ja mein Liebster Ich hab mir solche Sorgen gemacht Oh, bei Diornesos Ich erinnere mich Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren Sie Sie gab mir zu trinken Heiratete mich Und sagte mir ich schulde ihr die Jungfrauensteuer Von wegen Du kannst gehen Du kannst gehen Das geht nur uns beide etwas an Nein, nein, nein Nein, geht Geht nicht Die töten mich Hm Nicht wenn ich sie zuerst töte Schreibt ihm was passiert Wenn man seine Frau betrügen will Bitte Hilf mir Verdingt ihm Das ist nur ein dummer Griechen Wir haben unserem Land schon Doppelschwerter sind heftig Meine Brüder Du hast meine Brüder erschlagen Dabei solltest du mir helfen Nicht ihm Hm Passiert Danke Vielen Dank Du hast mich gerettet Und mein Geld In Zukunft Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst Versteckte Steuer Haben wir erledigt Nicht So, jetzt schauen wir mal Wir hatten eine Mission die wir da abnehmen können Wir können da jetzt schnell hinreisen Also kein Problem So Einmal schnell reisen bitte Es gibt keinen Bock da jetzt nochmal rüber zu fahren Wahrscheinlich wäre es am Ende schneller gewesen Doppel 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 cerclärm